Jetzt kommt eine hochinteressante Frau, Adriné Simonian. Adriné Simonian. Adriné Simonian, liebe Adriné. Entschuldigung, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Es ist aber auch wirklich schwer. Das kann man sich echt schwer merken. Adriné Simonian. Das ist ein armenischer Name, oder? Genau. Schöner Name, aber schwer zu ... Es ist so wie Peter Simonischer, kann ich mir auch nicht merken. Aber egal. Was magst du trinken, liebe Adriné? Ein Wasser, bitte. Ja. Wie kommt man dazu, wenn man so großartig singen kann, eine so große Karriere gemacht hat, auf einmal Pornografie zu erzeugen? Ich wollte etwas Ehrliches machen. Pornografie ist ehrlicher als ... Aber die Tonerzeugung ist doch auch ehrlich. Das kommt ja aus deinem Zwerchfeld. Nein, mich hat einfach dieses Thema so gepackt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und die Leidenschaft lief genau in dieser richtigen. Und dann habe ich beschlossen, so, jetzt will ich meine Visionen umsetzen und aus. Okay, man muss noch mal klarschen, es handelt sich nicht um den klassischen Mainstream-Porno, auf YouPorn oder so, sondern es ist ein anderer Zugang zur Pornografie. Genau. Ein feministischer Zugang. Ein ästhetischer Pornos. Mit dem habe ich ein bisschen Probleme, weil will man Ästhetik im Porno. Wodurch unterscheiden sich deine Pornos zu den herkömmlichen Pornos, die man im Netz sieht? Also wenn du dich mit Ästhetik dieses Wort einfach schwer tust, ich kann das verstehen. Und es geht ja auch nicht darum, dass ich Kuschelsex zeige, weil es ist ja auch nicht unbedingt eine Website, die nur für Frauen gemacht sind. Interessanterweise ist der große Teil der Konsumenten Männer. Sehr spannend. Ist aber nicht überraschend, weil ich glaube 80 Prozent aller Pornos werden von Männern konsumiert, oder? Das stimmt nicht. Frauen schauen genauso Pornos. Also wenn Frauen sagen, wir schauen keine Pornos, dann ist das falsch. Und es ist auch falsch, wenn man sagt, Frauen mögen nur Kuschelsex. Frauen mögen alles. Mögen Kuschelsex, mögen harten Sex, leidenschaftlichen Sex, was auch meinetwegen BDSM, was es da alles gibt. BDSM? BDSM. SM. Ja, ja, SM verstehe ich, aber BDSM klingt so wie so Nazi-SM. BDMSM. Naja, Entschuldige. Auf jeden Fall. Und die Ästhetik bedeutet nicht, dass das eben nur auf so eine romantische Art gezeigt wird. Ja. Sondern sehr straight und sehr auf die Psychologie der Sexualität eingeht. Und da schien es für dich Defizite zu geben im üblichen pornografischen Angebot? Interessanterweise definiert sich gerade die Pornografie sehr neu. Also es gibt seit 10, 20 Jahren diese Bewegung und es wird immer mehr. Es gibt wirklich einige gute Filmer und Filmerinnen, die jetzt in feministischer Pornografie tätig sind. Und es kommt eine Gegenbewegung, ist auch die Konsumenten stehen immer mehr dazu. Es bekommt eine Art von Lifestyle. Die Leute mögen das, die Leute stehen dazu, wollen aber auch einen anderen Zugang haben. Aber war es so, dass wenn du auf der Volksöpornbühne standst zum Beispiel und Ariadne auf Naxos gesungen hast, war es dann so, dass die Leute dir alle zugeschaut haben, du in Wahrheit aber die ganze Zeit an Pornografie gedacht hast, wenn du gesungen hast? Wir haben einen kleinen Ausschnitt da, wo man dich als Sängerin sieht und dann sehen wir mal, ob man deinem Gesicht das ansehen könnte, dass du gerade dann ganz was anderes vielleicht hast. Adrienne Simonian, als sie noch Sängerin war. Bravo. Die neue Kunstrichtung unterscheidet sich von der alten natürlich um einiges. Deine neue Kunstrichtung, ich wollte das eben auch noch mal zeigen, bevor wir jetzt Ausschnitte auch sehen aus deiner aktuellen Arbeit, aus deiner aktuellen Arbeiten, weil das natürlich der Unterschied wirklich relativ groß ist. Finde ich nicht. Findest du nicht? Oder ist die Arie mit einem Orgasmus vergleichbar? Ja, natürlich. Ich meine, in der Oper handelt es sich die ganze Zeit um Emotionalitäten, um Sexualität, um Liebe, um Rache, um was weiß ich, um Hingabe, alles. Und auch die Sexualität hat so viele Gesichter und hat mit Emotionen zu tun. Ich finde den Sprung jetzt einfach nicht groß. Ehrlich. Aber gibt es einen niveauvollen Orgasmus? Orgasmen sind per se niveaulos natürlich. Es ist etwas Menschliches und es ist etwas Schönes. Ja, das ja. Eben. Mehr braucht es ja nicht. Und das hat von sich selbst eine Ästhetik. Es gibt eine Reihe, die du machst, die du produzierst, die heißt Blind Date. Das heißt, das sind Menschen, die sich bei dir melden, glaube ich. Und die kennen sich nicht und die kriegen so Binden um die Augenbinden. Kennst du doch vom Swingerclub. Augenbinden, das Wort ist mir nicht eingefallen. Und schlafen miteinander und werden dabei gefilmt und wissen aber nicht, kennen den anderen jeweils nicht. Ist das richtig formuliert? Es ist richtig. Es geht darum, dass es ein Experiment ist. Für mich war es spannend herauszufinden, ob zwei Menschen, die sich nicht kennen und man muss wirklich betonen, das sind keine Darsteller, das sind keine Mainstream-Pornografen, das sind auch keine Alternativ-Pornografen. Das sind Menschen, die mit Fernsehen und mit Kameras nie irgendwas zu tun gehabt haben und eher skeptisch sind, was das angeht und sich auf dieses Experiment einlassen, jemanden auf einer anderen Basis kennenzulernen und nur durch Tastsinn, Geschmacksinn und Geruchssinn sich kennenlernen. Und dann ist eben die Frage, kann daraus eine Sexualität entwickelt werden oder nicht? Wir sehen jetzt einen Kultus, der allerdings verpixelt ist, wie wir Fernsehleute sagen, weil wir das, weil ja Menschen auch, sehr junge Menschen zuschauen dürfen. Das heißt, wir sehen jetzt mal einen Ausschnitt aus Blind Date. Bravo. Es war jetzt nur ein Ausschnitt. Es war ein kleiner Ausschnitt natürlich. Na, das dauert ja natürlich länger im Original nämlich an. Natürlich. Haben die die Massen dann abgenommen, sich mit Handschlag verabschiedet oder wie war das dann? Ne, die haben sich echt riechen können. Also so viel ich weiß, sind sie nicht mehr in Kontakt. Die sind auch aus unterschiedlichen Ländern gekommen, die beiden. Aber sie haben sich sehr gut verstanden und waren auch hinterher wahnsinnig liebevoll miteinander. Wenn ich jetzt mich melden würde bei dir, um mitmachen zu wollen. Ja. Nein, 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 das lass lieber. Na, wenn. Wie würde sich dann die Arbeit bei dir für mich als Darsteller unterscheiden von herkömmlichen Pornoproduktionen, bei denen ich schon mitgespielt habe? Also, ich habe ja die Reihe Black Box und so wie der Name sagt, es ist eine Black Box und ich gebe Raum für meine Protagonisten. Ich biete ihnen die Intimität und auch von der Art der Aufzeichnung, dass man sie nicht erkennt, weil viele ein Sozialleben haben und nicht erkannt werden wollen. Und diesen Respekt habe ich und gehe das darauf ein und beobachte einfach Menschen in ihrer Sexualität. Und eben die Psychologie der Sexualität, wie das anfängt, die erste Erregung, wie verändert sich der Körper, was macht der Körper, was macht die Muskulatur, wie erlebt jemand einen Orgasmus. All das hat mich einfach fasziniert und interessiert und deshalb mache ich die Black Box. Haben die Kollegen an der Volksoper mit Irritationen reagiert, als du gesagt hast, ich höre jetzt auf zu singen und werde Pornoproduzentin? Nein, es haben sogar einige gesagt, wärst du Domina oder Puffmutter geworden, hätte es uns auch nicht überrascht. Gestört? Überrascht? Nein. Wie bist du da aufgetreten in der Volksoper? Ich weiß es nicht. Was hast du in der Kantine dort getrieben? War nix. Haben die Kollegen auch was gesehen schon von dir? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Du gehst dort nicht mehr hin, du wirst nie mehr wieder singen? Nein, nie wieder. Aber das muss doch einen anderen Grund haben als die Faszination Pornografie. Nein, also 15 Jahre habe ich meine exibitionistische Ader ausgelebt auf der Bühne und das war toll. Es ist eine wahnsinnig interessante Zeit gewesen. Ich habe viel Glück gehabt. Ich musste nicht einmal über die Besetzungscouch gehen. Also echt Glück gehabt. Aber es war dann Zeit für was Neues. Man muss ja, wenn man bei dir Filme sich anschauen will, auf deiner Seite bezahlen, um einen Film sich anschauen zu dürfen. Genau. Machen das Leute noch? Ja. Weil ich sehe immer nur, dass Pornokinos zum Beispiel schließen. Es gibt, glaube ich, in Wien noch ein oder zwei Pornokinos, die es gibt. Weil warum sollten die Leute hingehen, wenn sie das alles gratis zu Hause auch sehen können? Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Leute zahlen gern. Und die Leute zahlen. Ich verlange ja nicht horrende Preise. Ich habe ja wirklich sehr normale Preise und die Leute interessiert es und die wollen auch Alternativen. Und es ist wahrhaftig so, dass es eine Nische gibt, dass Leute bereit sind, dafür zu zahlen, wenn es nicht diese 0815-Geschichten sind. Und ich bin nicht gegen Mainstream-Pornografie. Solange man faire Arbeitsbedingungen hat, wenn es einem gefällt und man das machen möchte, habe ich nichts dagegen. Sind das feministische Pornos? Stimmt diese Begrifflichkeit? Also Feminismus, das Wort an sich, finde ich, hat eine große Entwicklung gemacht. Ich sage deshalb feministische Pornografie, weil ich eine Frau bin und es aus einer Sicht einer Frau mache. Ja. Der Feminismus an sich hat natürlich eine Gruppe, die die Porno-Bewegung, wie wir auch alle kennen, die Ali Schwarzer. Es gibt diese Gruppe, es gibt aber sehr wohl jetzt diese Gruppe, die für, also pro Porno ist. Heißt die Por-Yes oder wie heißt die? Por-Yes Awards gibt es. Pro Porno. Pro Porno. Pro Porno. Ja. Und die das unterstützt... Gibt es Popcorn beim Porno? Entschuldigung, Entschuldigung. Darf ich darauf warten? Das ist der Unterschied, dass ich hier sitze und nicht Nisman. Das ist der Unterschied, Nisman und Schermann. Ja. Tut mir leid. Wollte ich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Jedenfalls gibt es eben diese neue Bewegung, die das unterstützt und forciert. Und man darf auch nicht vergessen, es ist noch gar nichts... Bitte, Herr Kühlmeier. Entschuldigung. Es ist noch nicht so lange her, dass wir Frauen unsere Sexualität frei erleben dürfen. Nix. 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 Ich höre jetzt zu. Entschuldigung. Ich höre jetzt zu. Es ist, wie gesagt, nicht so lange her, dass wir Frauen unsere Sexualität frei genießen und ausleben dürfen und unter anderem gibt es nach wie vor Kulturen, die das auf grausame Weise unterdrücken und auch unterbinden. Und es ist eben wichtig, dass man mehr Konzentration auch auf die Sexualität der Frau legt. Ja. Das kann ich unterstreichen. Deine Webpage heißt? Arthouse Vienna. Arthouse Vienna. Da kann man sich die ganzen Erzeugungen sehen. Wir können noch einen kleinen Ausschnitt zeigen. Vielleicht, das ist aus Schein. Aber nicht englisch, sondern S-C-H-E-I-N. Schein. Man weiß gleich, warum der Film so heißt. Danach dann klar wird, nämlich das ist wirklich auch interessant an diesem Film, finde ich, weil dieser Mann gar kein Mann ist, sondern eine Frau. Genau. Genau. Ein Hermaphrodit, oder? Ein Transgender. Transgender, sagt man. Und das hat dann tatsächlich nochmal so was Irritierendes, weil er sehr behaart ist oder sie sehr behaart ist und man ganz sicher sich einfach ganz lange ist, dass er ein Mann ist, aber irgendwas ist merkwürdig an dieser ganzen Szenerie oder ungewohnt für einen. Sind das dann auch diese fremden Blicke auf Sexualität oder diese anderen Blicke auf Sexualität, die da dann wichtig sind? Ja. Ja. Klare Antwort. Ich danke fürs Gespräch. Wir verweisen noch einmal auf die Homepage. Ja? Auf die Webpage. Da kann man sich das alles anschauen. Das ganze Universum unverpixelt.